An der Bodenplatte angebracht ist ein Sensor, der überträgt Signal an einen Rechner. Hier wird ein Bezug zur Bodensteifigkeit hergestellt und das wird übertragen auf die LED-Lampen. Mit zunehmender Anzahl der aufleuchtenden LEDs kann man Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit des Bodens ziehen, also umso fester ist der Boden. Wenn er zu fest ist, über Verdichtung sozusagen, oder Sie würden auf dem Asphalt fahren, was zwar irrsinnig wäre, dann würde das verharren bei maximalem Ausschlag und die rote LED würde angehen. Wenn der Boden zu weich ist, würde von der LED-Skala nichts aufleuchten und die rote LED würde aufleuchten. Dann signalisiert, hier stimmt irgendetwas nicht. Also zu fest oder zu locker.